Bruder! Der ist einfach Bruder! Weh! Heini, warum ist denn dein Spiel so hell? Digga, ich muss mir mal Sonnenbrille anziehen. Halt heute, wie viele Kissen möchtest du denn eigentlich öffnen? 20. Mein, dein Counter-Strike ist so hell, dann leuchtet ja irgendwo was Goldenes bei dir schon. Gold, 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 Gold. Ich hab keinen Saar bei dir. Gold, 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 Gold. Voll. Aber der hat Bildschirmübertragung an. Ohhhh! Ich fände doch schon mal so an! Schon erstes Gutes. Die ist Fieldtests, sag ich. 4,24 Euro. 4,24, ja. Aber das ist gut, das ist okay. Der ist auf jeden Fall gut, ja. Jetzt ist Gold. Ein, ein Gold! Oh, das geht Gold! Ich glaub, da kommt irgendwas Bigges Chat. Das ist so schnell! Da kommt die Blaue Flut und die Blaue Flut, die da unten verschreckt. Nein, nein, das wär keine Blaue Flut. Die nächsten drei sind für Mystery Tour. Mystery Tour, wenn das Spiel vorbei kommt, geht's für Fun! Ich will auch Fun! Und beim Live-check ich den Spiel! Uhhh! Das kann nicht sein. Uhhh, ist ein vieles Nektiv! Also bisher geht das Opening! Jetzt ist Gold. Jetzt ist Gold. Da war der Panker. Ui! Noch ein Pinkel! Was siehst du? Was siehst du? Bisher hat's bei Tiny Hunter mehr gegönnt als bei uns weiter. Genau! Was für Pink? Das ist Lila, ihr Kasper! Digga, das ist nur hell, ich kann's nicht unterscheiden! Ja! Zum Auge! Einmal Lila und einmal Pink! Uuaah! Jetzt! Gold! Jetzt! Gold! 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 Die ist halt ultra hässlich, Alter, also die hat ja dieses Field-Tessel, aber wie kann ich einfach... Heidi, geh doch mal auf die Waffe bitte drauf. Also ich hab noch schon lange nicht mehr so ne durchgewichste Field-Tessel-Knarre gesehen. Heidi, gebt da mal bitte drauf. Nee. Ey, Juri, der hört uns nicht mal so, der hört uns über den Stream zu. Die... Die... Ich kann nicht mehr. Alter, die hier... Oh... Boah, was gut! Joas, geht davon mit Heidi ab? Er macht einfach auf! Er streichelt nicht. Ja, er hat einfach den vor 8 gestanden. Oh, ich brauche das richtig dreckig. Oh Junge, wenigstens eine rote als wirklich. Also seh mal, wenn du meinen, der Tiny hat Lohn von Monte gerade bekommen. Gold, nein. Tiny, alles gut bei dir? Hallo? Tiny? Tiny? Tiny, hallo? Hallo Tiny? Tiny, du bist schon in der blauen Flut ertrunken? Hallo? Er kann nicht anders. Das ist eine Reiseüberflutung, ich kacke auf mein Leben ab. Wieso muss ich einen Fortnite-Kitty nach der Schule fühlen? Oh, das sieht aber nach einem Game-Tester-Kampf aus. Tiny, das ist viel zu schnell, du kannst nicht so schnell die Kirche öffnen. Erst aufschließen, richtig. Bam. Er braucht es so hart und dreckig. Mach gleich Exit-Pack. Mach gleich fast die Packs. Tiny, langsam mal, nicht so schnell. Viel zu viel für mich, Chat, ich komm da gar nicht mehr mit. Das ist... Da muss doch wenigstens eine rote kommt. Der andere kommt eine blau, nicht mal die rote sagt, hallo vorbei. Hier ist eine Gold. Ich glaub es nicht. Oh mein Gott. Oh Gott. Hans, du öffnst mir und dann drück Escape. Tiny drück nicht Escape. Tiny drück nicht Escape. Tiny öffnet die einfach auf entspannt. Und er hat die gedreht, er hat die gedreht. Warte, er hat die gedreht. Gott, 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 Gott. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ja, eins gegen eins gegen Game. Und jetzt kommt noch ein schön Montotrader hinterher. Achtung, jetzt kommt der Montotrader noch hinterher. Knall irgendwas rein. Nein, Tiny, mach das nicht, mach bitte keinen Montotrader. Der macht die Montotrader. Der macht ohne Reden, ohne Reden. Ohne Reden, ohne Hingucken, ohne Gehirn. Einfach nicht nachdenken. Augensohn, Augensohn durch, der klassische Montotrader. Und Müll. Boah, Müll. Minus. Die heißt einfach Bruder. Der ist einfach Bruder. Der ist einfach Bruder. Der ist einfach Bruder. Ich kann nicht mehr, Digga. Oh mein Gott. Nein, Tiny, hör auf. Tiny, hör auf. Tiny, Tiny, hallo. Tiny, bist du komplett behindert. Tiny, was machst du da? Tiny, духов, create coup za'd. Mach einen! Hahahaha! interferf was, machst du da? Nein! Nein Tiny! Tiny,倒 ries! Tiny, nur mal muß. Unruh eins kriege ich jeder aus von. Tiny, du verlierst grad echt viel Geld. Tausel da AK drin, Tiny, da hast du einen AK mit Stickern. Hallo, ich fresse, Mann. Halt deinen Maul, Digga! Tiny, da ist ne Akane Stickland drin und ne ABP, bis du kommentieren wirst! Tiny, ich block dich! Tiny, ich block dich bei Discord! Ich block dich bei Discord, Tiny, wenn du jetzt diesen Trade-Up machst, wirklich! Wirklich, Tiny, ich block dich, Tiny, ich block dich, Tiny! Ich block dich! Jetzt BAM! Reinhauen! Der hat jetzt's gemacht, der will nur nicht zeigen! Der hat Stream-Pause gemacht, der will nicht zeigen! Nein! Ey, ich hab aus dem Jam-Dab vom Discord gekickt! Nein! Er hat One-Dab gekickt! Jam-Dab, ich wollte dich! Jam-Dab, ich wollte dich nur aus dem Voice-Chat kicken! Tut mir leid! Ich muss dem Jam-Dab damit die Rechte geben! Richies gehörte so durchgekickt, Tiny! Tiny! Ich hab so lange nicht mehr so hart gelacht! Es sind 40 Grad hier drin, die bringen mich alle noch rum! Aber ganz ehrlich, der Tiny wollte das halt auch! Der hat dem Tiny das dauerndes Ohr geflüstert! Den rumpelst du da an Höckendorf! Das war ich! Ach, das war Höckendorf! Ja! Ich hab gespielt! Ey! Emotional Damage! Oh, Jungs, ich bin wirklich abgekackt gerade! Das war das Geistesgestörtes, der Opening überhaupt! Dann macht er noch einen Model-Trader und bekommt die Tech-Nein-Bruder! Ey, das hat doch... Das muss von jemandem doch nicht geklippt haben! Ich hab das aufgeregt! Die Tech-Nein-Bruder! Und dann der Trader mit der Pink! Ähm... Lief... War nicht so prickelnd! Aber Tiny, du hast nicht den Trade-Up am Ende gemacht, oder? Tiny! Hallo? Hallo Tiny? Mh... Äh, du hast nicht den Trade-Up gemacht, oder? Oh, oh! Hast du den Trade-Up gemacht, oder nicht? Ich check's gerade durch! Tech-Nein-Bruder, nee, hat der nicht! Hat der nicht, okay! Oh! Okay, machen wir bitte für die Runde ein normales Opening! Nicht viel Autoristen-Power! Okay! Ich hab auch entspannt die blaue Flut beschwören! Deutschland ist wahnsinnig damit! Der German hat einfach die Kontrolle verloren! Ey, private Insolvenza melden! Nix! Ihr Konto nickt 1000 Euro Minus! Ach nee! Ich mach immer noch auf! Digga, wie viele Kisten hast du wieder geholt? Wie viele Kisten hast du wieder geholt? Ohhhh! 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 Ich hab auch das mal gespielt! Ähhhhh! Jajajaj! Mhmhmhm! So ein Zeichen im Tretten in dem Prinz-Stream-Liege! Mhmhmhm! Jum-Durp! Ohhhh! Ohhhh! Ohhhhh! Tja! Hau den Game! Lass mich nicht sitzen! Schade! Okay, Jerm, jetzt noch eine Kiste öffnen, indem du die skippst. Einfach so ein Skip-Pack. Nein, nein, es wird hier nicht geskippt. Nein, 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 ich spann dich weg. Es wird nicht geskippt. Nein, es wird nicht geskippt. Hör auf, widerlich. Abhartig, dreckig. Diese Dopaminen-Geräusche, Junge, das macht einen gehindert. Dreckig, fuck. Irgendwelche Bino-Ralle, MK-Ultre 5. Die Kisten gönnen Jerm Dörb nicht ein Tier scheinbar auch nicht. Deswegen kriegt Jerm Dörb mal eine schöne blaue. Das macht keinen Spaß. Bei der letzten Kiste musst du aus dem Spiel raus tappen, damit du nicht siehst, was es wird. Das kann nicht sein. Es macht keinen Spaß und er macht trotzdem weiter. Das macht keinen Spaß, es macht echt keinen Spaß. Aber es ist ja schlimmer als Zigaretten rauchen, hör mal. Ich hab darüber nachgedacht, Digga, was ist schlimmer? Casino oder Zigaretten rauchen? Und ich bin auf die Erkenntnis, warum Zigaretten? Ja. Weil wenn du 1000 Euro in Kippen reinballerst, hast du deinen Körper absolut verjunkt, vermüllt. Aber beim Casino hast du deinen Körper nicht gefickt dabei. Verstehst du was? Oder am besten beides vermeiden. In der Frische vielleicht. Ja, klar. Am besten beides vermeiden. Ne? Aber im Endeffekt ist Casino weniger schädlich. Also, wenn wir jetzt mal bedenken, dass wir 1000 Euro rein cachen. Ja, Jerm Dörb, jetzt reicht's Auraubau. Oh, Jerm Dörb, richtig. Da ist ja eine richtig krasse Ausbeute, Jerm Dörb. Ich bin ultra neidig.